So, willkommen zu Dead by Daylight, einem Spiel, das ich gestern im Stream mit ein paar Zusehern gespielt habe, hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, hey, kannst ja auch mal ein bisschen was für YouTube bringen. Wer das Ganze selber spielen möchte, man muss sich auf Steam die Deluxe Edition vorbestellen, dann bekommt man dreimal den Beta-Zugang, einen für dich selbst, zwei dann noch eben für Freunde und Bekannte und dann kann man jetzt schon die Beta spielen. Das Spiel kommt in zwei Wochen raus am 14. und geht dann in den Early Access und hat auch schon relativ viel Umfang für ein Early Access Spiel. Gut, wir legen jetzt los. Ganz schnelle Erklärung, ihr könnt entweder einer von den vier Überlebenden sein oder der psychopathische Serienkiller. Und wenn ihr Überlebende seid, müsst ihr natürlich logischerweise fliehen und kleine Aufgaben lösen und wenn ihr der psychopathische Killer seid, dann müsst ihr alle abmetzeln. Richtig geil, wir legen los mit einem schnellen Spiel, denn wirklich was wählen kann man hier in der Beta leider noch nicht. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich auch über eine Bewertung freuen. Also, legen wir los, schnelles Spiel, wir sehen uns gleich. So, da wären wir. Mein Name, Ned Kelly, IT-Manager bei McDonalds, hab aber auch ein bisschen Erfahrung mit Schrauben von Traktoren. Und als ich hier eben gerade gemütlich durch den Wald spaziert bin, bin ich über eine Pappschachtel gestolpert. Und wer war darin? Ein koreanischer Penner namens Kreis. Der Kreis. Ja, und? Ich wohne halt in einer Pappschachtel, weißt du? Ich bin von Holz runter, weißt du? Und nein, was soll das? Ich mein Herzschlag. Warum bist du auf einmal in meinem Spiel? Ich wollte das Ganze alleine durchziehen. Ich sehe den Typen. Auf einmal treffe ich den Typen hier. Ich sehe den Typen. Koreakreis. Ja, dann geh geduckt. Nee, ich bin im Schrank. Ich bin im Schrank. Was macht der da? Der braucht eine Bärenfalle dahin. Der stellt von den Generatoren eine Bärenfalle irgendwie. Dieses fiese Schwein. Oh oh. Oh oh. Oh, er ist an mir vorbeigelaufen. Wir reparieren, wir reparieren, wir reparieren hier. Oh nein, er kommt, er kommt, er kommt. Ich höre ihn schon. Also ich bin weg. Er ist an mir vorbeigelaufen, aber ich höre ihn noch. Also aus der Nummer hier bin ich raus. Ich bin total raus aus der Nummer hier. Du kommst da in dem Schrank, bin ich drin. Geh weg. Ja, aber er ist direkt hinter mir. Viel Spaß. Vorsicht, links liegt eine Bärenfalle. Geh rechts vorbei. Ja gut. Er läuft hinter dir her. Warum will er denn mich? Ich bin Ned Kelly, König der Herzen. Er hat mich verfolgt aufgenommen. Ey, er will mich unbedingt, ne? Er ist immer noch hinter mir. Er ist immer noch hinter mir. Komm schon. Wow, shit. Er schwingt die Machete. Hilfe, 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 Hilfe. Warum will er denn mich unbedingt? Was habe ich ihm getan? Was ist los? Kreis, hilf mir, hilf mir. Was muss ich machen? Kann ich ihn irgendwie schlagen oder so? Reparieren, Generator. Bist du das da vorne? Ja. Er ist hinter dir noch. Er ist hinter mir, er ist hinter mir. Nein, 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 nein. Wieso ist er hinter dir? Lass ihn doch. Nimm den Koreaner, er hat keine Familie. Du musst Sachen umwerfen. Wie geht das? Space. Ah, okay. Nimm den Koreaner, er hat keine Familie. Nein, warum bist du schon wieder hier? Hör doch auf, mir nachzulaufen. Ich habe meine eigene Route. Du zerstörst meine Route. Wir haben unsere Lines gecrossed. Vielleicht habe ich ihn jetzt... Oh nein, hier repariert einer Generator. Ich locke ihn wahrscheinlich noch den Mörder dahin. Wow, 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 wow. Oh, großer Gott, oh, großer Gott. Guck doch in den Schrank. Ey, der will unbedingt mich. Ich kann hier gar nichts machen, der ist die ganze Zeit hinter mir. Der Kollege hasst mich Ich hab doch keine Ahnung Ey, das gibt's doch nicht jedes Mal Wenn ich gerade einen Generator finde Weil ich kenn mich hier noch nicht so aus Kommst du um die Ecke? Boah, der ist immer noch hinter mir Hat mich, Greis, rette mich, bitte Er ritzt sich gerade selbst Und jetzt leckt er irgendwie seinen Penis ab Ich will das nicht sehen Bist du das Rote da hinten? Ja, bitte, Greis Oh, es tut so weh Es tut so weh Blende ihn doch mit irgendwas Ich hab doch keine Taschenlampe Nimm deinen Polly Pocket Spiegel Ich hab nichts Ich hab nichts Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Kann ich dich da irgendwie Du kannst mich vom Haken holen Komm schon Komm schon Oh shit, was hat er vor? Oh Greis Aua Großer Gott, rette mich doch Aua Ich muss rennen Ey, hallo Ich hol dich, ich hol dich, keine Sorge Keine Sorge Keine Sorge Ich heil mich ganz schnell Dann hol ich dich Wiggle Du musst wiggeln Du musst hart wiggeln Du hast doch heute Morgen in Butter gebadet Mach es eins Er wartet jetzt da, bis ich gefressen werde Der Penner Nein, macht den nicht, oder? Doch Steht direkt neben mir Ja, aber ich repariere hier den Generator Schön Ich hab ihn ausgedrext Halte durch Alter No Er hängt mich wieder dran Er hängt uns beide dran Wir schweben Was ist hier los? Das kann nicht sein Das kann nicht sein Kreis, halte durch Ah, ich struggle Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Kreis, du musst wiggeln Du musst wiggeln Ich kann nicht mehr Oh mein Gott Oh nein Kreis ist tot Oh, Scheiße Wow Ich hab's hinbekommen Ich hab mich runtergewiggelt Oh, ich kann nicht mehr Fuck Ich hab ne Rippenfellentzündung Wir haben den Koreaner verloren Aber das ist nicht so schlimm Was? Der ist ja mal wohl mega wichtig Der ist total unwichtig Ich bin doch vor Was kann der? Repairn oder so? Der kann gar nichts Glaub mir, der kann gar nichts Der kann irgendwas krasses Nein, der kann nichts Ich hab wenig Tapferkeitspunkte bekommen Ja, weil du nur im Schrank warst Aber für Selbstlosigkeit Weißt du, ich hab mich jetzt ja eigentlich Selbstlos im Schrank Das Spiel hat das erkannt Selbstlos den Weißt du, den Star wieder vom Haken geholt Was sollen die Leute sagen? Ey, wir sind hier mies am reparieren Ja, wir werden es noch reißen Oh man, fuck ey Vorsicht, 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 Vorsicht Wo ist er dann? Keine Ahnung Nur für dich geopfert Nur damit es alle wissen Falls irgendwann jemand dieses Video sehen sollte Dass alle wissen Alle haben es gesehen Ich habe mich für dich an den Haken gehängt Und wurde von Cthulhus Der ist nicht mit ihm verwandt Nein Ich glaube schon, dass er mit dir verbannt ist Verbannt Verbannt Okay, wir müssen hier Das Ding reparieren Den Traktor Den Motor Oh, wir haben es fast Wir haben es fast Ah, shit Ey, dieses Minispiel ist so mies Yes Noch ein Generator Einer noch Wie es scheint Wird der nächste Koreaner Wohl auch hier sterben Die Koreaner sind leider nicht hoch im Kurs Ja, das Problem ist Weil wir hätten hier No Ich hätte halt Oh, er wartet hier Er wartet hier Das Problem war Ich musste improvisieren Weil ich dachte Wenn ich jetzt in ihn reinrenne Während du auf seinen Schultern bist Kann ich dich irgendwie runterreißen Und wir können Egal, Alter Ich hau hier so auf die Tasten Ich wiggle mich hier gerade so hart raus Und weil ich aber dann reingerannt bin Und gemerkt habe Oh, ich kann dich doch nicht da runterreißen Dann ist mir auch gefallen Das war eine doofe Idee Und dann hat er mich an den Haken gehängt Und dann hat gesagt Oh, shit Ich bin wichtig Kommt denn niemand und rettet mich Ich würde es tun Aber ich bin nicht da Ich habe jetzt sogar so ein Skill Egal, Whoopi Goldberg Die rettet mich Danke, Whoopi Du bist die einzig wahre Am Ende muss es wieder eine schwarze reißen Guck mal, für jeden Überlebenden Den du von einem Haken rettest Erhältst du zusätzlich 25% Geschwindigkeitsanstieg Der bis zu einem Maximum von 100% ansteigen kann Da kann ich mich buffen, Alter Der Koreaner und seine Buff-Träume Okay, okay Vielleicht kriege ich es noch hin Vielleicht werde ich es schaffen Oh, guck mal Ich kann noch die Klamotten ein bisschen wechseln Wozu sind wohl Opfergaben hinterher? Ich glaube, du kannst dich mit dem Mörder verbünden Und sagen Hey, guck mal Ich habe hier ein Lavendelduftkissen für dich Das wäre krass Töte mich mal bitte nicht Guck mal Riech daran Okay, ich repariere das Ding Alter, es ist gerade so spannend Schau mal Hier kann man zum Killer wechseln auch Das ist gerade so wahnsinnig spannend Ich bin ganz kurz davor, das Ding zu reparieren Stark, schau mal Na, das Gute ist, ich schätze, voll viele wollen einfach den Killer spielen, weißt du? Wahrscheinlich, ja Da bist du immer Viele Plätze als normaler Dings finden Wahrscheinlich Weil alle Das ist wie bei Alter Ich habe es hinbekommen Was? Ist er heile? No Wie no? No Ich bin so kurz davor So kurz davor Und er hat mich hier wieder Und ich wiggle Und ich wiggle mein Leben Es wäre geil, wenn man so aus dem Schrank springen könnte Und ihn halt so blenden Ja, kann man ja machen Man kann ihn ja selber stalken und schocken Alter, wiggle Es muss rhythmisch sein Ja, rhythmisch und nicht zu schnell Oh, 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 oh Ich habe mich rausgewiggelt Frag mich nicht wie, aber ich habe es irgendwie hinbekommen Wie viele Generatoren muss man reparieren? Fünf, und wir haben alle fünf Und jetzt können wir den Ausgang hier in so einen Hebel runterziehen Cool, das schaue ich mir dann in deiner Folge an Komm schon, komm schon Ich rutsche auf dem Blut von dem koreanischen Mitbürger Homefront 3 Tja, ohne mich hättest du es nie geschafft Na doch Wir müssen den Ausgang Ja, ohne mich wärst du jetzt tot Definitiv Hätte ich mich nicht da reingeworfen in diesen Kampf Und hätte gesagt Los, nimm mich Nimm den Asiaten Und er sich gedacht hat Na ja Komm schon Was ist das für eine langsame Tür? Das ist die langsamste Tür der Welt Ich bin der Einzige, der überleben wird Ned Kelly McDonalds Yes Ich habe überlebt Ich bin entkommen Alter, er macht die Punkte, weil ich ihn gerettet habe Nur um das nochmal ganz, ganz nebenbei Boah, wie geil ist das denn Aber wer hat dich vom Haken geholt? Ja, aber ich habe auch sehr strategisch Ja, strategisch hast du mich vorhin perlen vor die Säure geworfen Es war ein Stoß in die richtige Richtung Und ja Es war mir eine Ehre für dich zu sterben Dankeschön Dankeschön Tja, entkommen Mit 21.000 Punkten Da kann man kräftig leveln Boah, was? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Vielleicht hat Greis was gelernt Vertraue nie einem Ned Kelly Oh, ich glaube Whoopi Goldberg Nee, die ist auch gestorben Ja, nur Ned Kelly hat überlebt Der weise Mann ist der einzige, der überlebt hat Auf Wiedersehen Wegen mir Auf Wiedersehen Viel Spaß noch Und Tschüss Wiedersehen